Brose Bamberg TV It's Gameday. Nach beinahe vier Monaten Sommerpause startet Brose Bamberg heute Abend gegen Medi Bayreuth in die neue BBL-Saison. Mit insgesamt acht Neuzugängen geht Freak City ins Rennen. Neu ist außerdem der Coach. Der 40-jährige Belgier Ruhl Mors fiebert dem Auftakt entgegen. Ich bin sehr froh, dass wir die Saison endlich starten können. Meine Gefühle sind ein bisschen verabschiedet. Wir hatten ein paar Übungen und ein paar Bedingungen. Ich glaube, wir sind noch nicht auf dem Level, das wir wollen, aber ich glaube, das ist keine Überraschung. Ich glaube, wir sind nicht die einzige Team in der Liga, das nicht auf dem besten Level ist. Das ist deshalb die Saison, dass die Saison startet. Wir müssen uns auf dem besten Level, Game by Game. Und natürlich müssen wir uns auf dem ersten Spiel bereit sein, um zu gewinnen. Ein Duell mit alten Bekannten ist der Saisonauftakt für Assem Maraj, der insgesamt zwei Jahre in Bayreuth gespielt hat. Ob das einen besonderen Reiz mit sich bringt, verrät er selbst. Mit 27 Jahren zählt Maraj bereits zu den erfahrenen Spielern. Unabhängig vom Alter der Mannschaft lobt der Ägypter den Charakter seiner Teamkollegen. Diesen Vorteil will Brose von Beginn an nutzen. Am besten natürlich bereits gegen Bayreuth. Dass das mittlerweile 79. Oberfranken-Derby außerdem etwas ganz Besonderes ist, weiß auch der Headcoach, der zudem nichts mehr vom Testspiel-Sieg gegen Mehdi von vor einer Woche wissen will. Es sind immer interessante Spiele. Wir haben sie vorhin gespielt. Aber das erste, was ich mir gesagt habe, ist, dass sie über dieses Spiel vergessen haben, weil es ein ganz anderes Spiel sein wird. Wir wissen das. Es ist das Anfang der Saison. Ich möchte erst auf uns selbst fokussieren. Ich glaube, dass wir viel Arbeit machen müssen. Wir müssen erst auf das fokussieren. Und ich glaube, wenn wir es tun können, können wir überall kompetitiv sein. Ruhl Mors verrät außerdem, woran noch gearbeitet werden muss. Erstens, die Intensität zu bekommen. Es ist nicht immer da in der Spiel. In der Praxis ist es schon da. Jetzt ist es um uns, das zu dem Spiel zu verändern. Wir versuchen, sie zusammen zu spielen. Dass die Bamberger, unabhängig davon, aber heiß auf den Saisonstart sind, ist klar. Asim Maraj verrät abschließend, worauf es ankommen wird. Ich bin super begeistert. Ich bin bereit, mit den Teams zu gehen. Es gibt viel Energie. Jeder Start der Saison ist sehr begeistert. Wir versuchen, unser eigenes Spiel zu spielen. Wir versuchen, unser eigenes Spiel zu spielen.